Der Berliner Senat und die Polizei sind mit einer großen Razzia gegen eine radikal-islamistische Vereinigung in der Hauptstadt vorgegangen. Die Senatsinnenverwaltung teilte am Donnerstag über Twitter mit, die Dschihad-Salafistische Vereinigung Jamaatou Berlin alias Tauhid Berlin sei verboten worden. Die Polizei in Berlin und Brandenburg durchsuchte am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Wohnungen von Mitgliedern. 800 Polizisten waren im Einsatz. Durchsuchungen gab es unter anderem im märkischen Viertel in Reinickendorf, in Moabit und in Neukölln. Beteiligt waren auch Spezialeinsatzkommandos. Die Bundespolizei war als Unterstützung dabei. Ziel der Durchsuchung sei es, Beweise zu finden, so ein Sprecher. Über Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Der Verein betrieb nach ersten Informationen keine eigene Moschee. Die Mitglieder trafen sich wohl in privaten Räumen. Von dem Trend, dass sich radikale Salafisten zunehmend nicht mehr in Moscheen, sondern in privaten Wohnungen treffen würden, hatte der Berliner Verfassungsschutz bereits vor einiger Zeit berichtet. Innensenator Andreas Geisel kündigte weitere Informationen auf einer Pressekonferenz im Laufe des Tages an.